ich grüße dich hallo ich will dich gar nicht lange langweilen aber ich muss kurz noch was klarstellen und zwar warum ich jetzt nicht mehr weitermachen mit dem vorlesen aus der fomenko übersetzung hier vom kanal youtube emotionale chronologie denn es hat verschiedene gründe ich muss hier gerade mal dieses bild schließen und dann hier diesen screenshot öffnen denn der kommentar der hier zu sehen ist der ist leider mittlerweile gelöscht worden was mich jetzt wundert aber ich will auch gar nicht darauf herumreiten nur zum besseren verständnis als hintergrund es geht also darum dass in den texten zu so viele anführungszeichen gesetzt seien und die man auch vorlesen müsse und die groß geschriebenen dinge auch kenntlich machen müsse beim vorlesen und das sei also nicht möglich und deswegen könne man diese texte gar nicht vorlesen ohne missverständnisse zu erzeugen und somit würde das also die arbeit kaputt machen ich kann nur teilweise zustimmen und ich habe tatsächlich in dem text mehrmals bei dem wort mongolen manchmal so gemacht anführungszeichen oder die sogenannten mongolen glaube ich aber einmal habe ich eben nicht gesagt und wie eben da ausgeführt würde das eben zu missverständnissen führen weil damit eben die klassische vorstellung weil man die klassische vorstellung sich dann herholt von den mongolen was aber gar nicht gemeint ist nur meine kritik jetzt an der aussage ist ja wenn es in anführungszeichen gesetzt ist da wird es auch nicht viel klarer ja aber nichts desto trotz ich verstehe nicht ganz warum der kommentar gelöscht wurde es gab auch noch eine antwort darauf auf also auf meine antwort hier könnt ihr euch ja durchlesen wenn es euch interessiert da wird eben gesagt ja mal sehen ob ich das durch halte hier mit 300 bis 400 videos einzusprechen ich meine es war mir natürlich klar dass ich nicht alles einsprechen kann von dem kanal es ist so viel material dieses letzte was ich was in dem video vorkommt das war ja eine einführung zu seinem buch und da hat er selbst das ja zusammengefasst und insofern hat sich der text von allen anderen für mich am besten geeignet weil er eben nicht nur ein kleines puzzleteil zeigt sondern so ein bisschen ein überblick gibt naja also es ist natürlich blöd jetzt haben wir da angefangen und es wird nicht fertig aber das liegt eben auch daran dass es sehr viel material noch ist und jetzt keine weitere zusammenfassung existiert die das ganze etwas greifbarer macht oder realisierbarer macht ja also quasi kapitel 1 habe ich jetzt noch eingelesen das folgt dann jetzt gleich im anschluss und wer noch mehr darüber wissen möchte der kann ja entweder hier sich die videos anschauen es geht also weit weit zurück wie gesagt 3 bis 400 an der zahl alle in der machart das heißt im schnitt auch mindestens eine viertel bis halbe stunde zu lesen viertel stunde halbe stunde das mal 400 ist schon eine menge es gibt natürlich einen wikipedia artikel relativ knapp gehalten ist mit werdegang veröffentlichungen hier kurz die neue chronologie erwähnt bei den weblinks findet sich dann einer der hier hin verweist ein bisschen das fenster vergrößern fomenko und die neue chronologie eine seltsame debatte innerhalb der russischen geschichtsschreibung sängeröl also da geht es um die neue chronologie es geht es wird der versuch gemacht die hintergründe aufzuzeigen warum der herr fomenko in russland so ein hohes ansehen genießt oder es geht erstmal um das berufsbild der historiker die um die mathematiker die wissenschaft wissenschaft wie sollte man sagen das ansehen der wissenschaft so der wissenschaftler das auch im zusammenhang mit der vergangenheit bezüglich des sowjetregimes und dann wird versucht eben die methodik zu erklären wie er vorgeht über astronomie zum beispiel zum beispiel ich kann das eben jetzt nicht alles vorlesen oder ich will das jetzt nicht alles vorlesen das muss dann eben jeder selbst sich durchlesen seit mir nicht böse hier bisschen detaillierter dann als beispiel es ist ja so dass diese parallelen nicht womenko ist nicht der erste der diese parallelen findet noch mal kurz zurück die kanalbetreiberin hat mich auch angeschrieben oder hat ja auch erwähnt in der antwort dass der aller aller größte teil der dinge die über herrn fomenko gesagt wird verleumdung sei oder das 98 prozent negativ oder ihnen bekämpfen würden und somit soll ich überhaupt auch gar nicht erst andere quellen zitieren denn es würde eben systematisch versucht werden die arbeit zu kolportieren und so wäre es halt auch schon damals beim herrn morotsov gewesen so jetzt will ich euch gar nicht länger langweilen ich wollte das nur mal erwähnt haben dass man sich immer die hintergründe anschauen sollte und natürlich niemand damit niemand das meinung für einfach so blind übernehmen alles stellt irgendwo eine subjektive betrachtungsweise da hier wird gelistet zum beispiel werden die werke von skaliger gelistet dann die deutschen chronologie kritiker heribert illeck jetzt geht es dann noch weiter mit kapitel 1 und wenn ich noch eine super zusammenfassung über die werke oder über die thesen vom herrn fomenko finde dann werde ich das wenn das kompakt ist einigermaßen werde ich es einsprechen und noch mal sorry aber es ist nun mal wie es ist ich danke und jetzt geht weiter mit der mit kapitel 1 noch gesprochen von einem guten bekannten den ich als gast sprecher gewinnen konnte dankeschön von a.t.fomenko und g.v.nozowski wie es wirklich war aus dem russischen kackboiler nasamom delje einführung die epoche vor dem elften jahrhundert dieser abschnitt ist sehr kurz es gibt keine informationen in erhaltenen schriftlichen quellen über ereignisse vor dem elften jahrhundert damals gab es noch kein schreiben es erschien erst im zehnten elften jahrhundert nach skaligers geschichte hat die schrift ihren ursprung in der antike angeblich lange vorbeginn von anno domini in wirklichkeit tritt die geschriebene geschichte der menschheit erst im zehnten elften jahrhundert aus der dunkelheit hervor alle erhaltenen antiken dokumente auch die die der tiefen antike zugeschrieben werden beschreiben in wirklichkeit die ereignisse des elften bis siebzehnten jahrhunderts viele von ihnen wurden durch die falsche chronologie des skaliger petavius zwangsweise in die ferne vergangenheit verbannt die epoche vor dem elften jahrhundert sollte als urzeit der beginn der zivilisation angesehen werden urwerkzeuge aus dieser zeit sind bis heute erhalten und werden in museen und galerien ausgestellt die dem frühen menschen gewidmet sind der angeblich viele jahrhunderte und sogar jahrtausende vor christus lebte keramikfragmente knochen feuersteinwerkzeuge steinmesser und äxte schaber asche von höhlenbränden knochen und steinpfeilspitzen und speerspitzen ornamente aus mammutknochen und zähne von raubtieren es sind diese galerien der modernen museen die uns einen genauen überblick über das menschliche leben bis zum zehnten elften jahrhundert geben in dieser zeit wohnten die menschen noch in höhlen und unterständen sie verfügten noch nicht über das know how um bedeutende bauwerke zu bauen geschweige denn gebäude aus holz oder stein aber wir sollten nicht davon ausgehen dass die stein und knochenwerkzeuge und alltagsgegenstände im laufe des elften jahrhunderts obsolet wurden in wirklichkeit existierten sie und wurden später bis ins 15 bis 16 jahrhundert deutlich später weit verbreitet so kamen die deutschen im 16 jahrhundert um den moskauer kreml mit ihren steinexten zu bauen die die zeitgenössischen deutschen historiker vorläufig auf das zweite jahrhundert vor christus datierten so existierten die steinwerkzeuge bis ins 16 jahrhundert mit den metallwerkzeugen der bau des moskauer kremls wird von den historikern als ende des 15 jahrhunderts datiert aber in der neuen chronologie wird er der zweiten hälfte des 16 jahrhunderts zugeschrieben es stellte sich heraus dass alle diese äxte und es gibt etliche in deutschland derzeit von den archäologen auf die tiefste antike die erste hälfte des zweiten jahrhunderts vor christus datiert werden die ansicht der wissenschaftler und archäologen dass die in europa gefundenen steinwerkzeuge ausschließlich werkzeuge der prähistorischen zeit sind ist falsch wie wir sehen können waren die deutschen im 15 bis 16 jahrhundert nach christus noch stark auf die verwendung von steinbeilen angewiesen dies impliziert übrigens eine einfache lösung für ein berühmtes historisches rätsel wie haben die angeblich alten höhlenbewohner die runden oder ovalen löcher in den steinwerkzeugen zu einer regelmäßigen form gebracht hier ist zum beispiel die älteste steinaxt im archäologischen museum orit in mazedonien ein tiefes langloch mit den gleichmäßigen vertikalen wänden wurde aus einem harten stein gefertigt könnte ein höhlenmensch der keine werkzeuge hatte so etwas bauen sicherlich kann man ein so regelmäßig geformtes loch nicht erreichen indem man einfach einen stein von hand gegen den anderen kratzt aber jetzt wenn wir verstehen dass die steinwerkzeuge bis zum 16 jahrhundert verwendet wurden passt alles zusammen die löcher in den steinexten konnten mit den mechanismen mit rotierenden bohrern hergestellt werden die zum beispiel mit diamanten bestückt sein könnten oder einfach aus hartgestein ein weiteres beispiel uns wird gesagt dass man in russland im alten rom und in england über birkenrinde geschrieben hat und es ist sehr lange her tatsächlich wurden die birkenrinden schriften bis ins 19 jahrhundert und an einigen orten sogar bis ins 20 jahrhundert verwendet die sache ist dass bis zum 20 jahrhundert papier nicht billig war die birkenrinde besonders im norden war viel billiger damit rückt die antike unserer zeit deutlich näher zeitgenössische lehrbücher erzählen uns in vielen details über das leben der menschen in der epoche angeblich vor dem 10 jahrhundert erinnern wir uns an einige alte kulturen die legendären sumera die ältesten zivilisationen mesopotamiens und amerikas die mächtigen pharaonen ergyptens das trojanische königreich und der berüchtigte trojanische krieg des angeblich 13 jahrhunderts vor christus der vom blindendichter romer getextet wurde das erleuchtete antike china die mächtigen etrusker die große antike griechische zivilisation noch mehr das antike rom das sich aus der etruskischen zivilisation entwickelte das antike karthago und seine kriege mit dem mächtigen rom mysteriöses altes indien mit seinen schätzen die mächtigen frühen und mittelalterlichen arabischen kalifate die frühesten biblischen königreiche israel und judäer das antike assyrien syrien und persien die mittelalterlichen europäischen feudalherren in ihren mächtigen düsteren burgen all dies so sagten sie uns existierte vor dem 10 jahrhundert nach christus es ist nicht wahr all dies gab es aber in einer ganz anderen epoche und vor allem oft an einem anderen ort genauer gesagt nach dem 10 jahrhundert nach christus das heißt im letzten jahrtausend mit anderen worten die daten aller ereignisse der klassischen antike sollten korrigiert und in der zeit zwischen dem 10 und dem 17 jahrhundert an ihre wahren orte bewegt werden wo befanden sich die ersten siedlungen vor dem 10 jahrhundert vermutlich lebte zunächst die mehrheit der menschen in einer warmen zone unweit des äquators insbesondere im mittelmeerraum in indien und mittelamerika das klima dort war ausgeglichen es gab viele fruchttragende pflanzen und genügend trinkwasser dies förderte die schnelle fortpflanzung der menschen es gab genug zu essen es gab keine kalten winter und es war einfach wohnungen zu bauen es gab weder klimakontraste noch erhebliche temperaturunterschiede aber die zügellose fortpflanzung konnte nicht ewig andauern bald wurde es zu eng die intertribalen konflikte begannen ebenso wie der kampf um territorium und nahrung ein teil der bevölkerung wurde in den norden und süden vertrieben nachdem sie sich im mittelland befanden entdeckten die menschen dass das klima dort viel härter war die winter waren kalt deutlich weniger essen es war notwendig wohnungen zu bauen um in der bitteren winterkälte zu überleben die schwachen migranten starben aber die überlebenden taten dies nur weil sie sich anpassen konnten die belastung des intellekts nahm zu es war notwendig hausbaumethoden landwirtschaftliche geräte und ausrüstungen für die jagd und navigation auf den flüssen und auf den meeren zu schaffen und so weiter mit anderen worten diese menschen waren gezwungen eine zivilisation zu entwickeln im laufe der zeit schufen die nachkommen der ersten welle von migranten die sich an die neue umgebung angepasst hatten ihre eigenen kulturzentren und begannen nachdem sie sich in ausreichenden mengen vermehrt hatten die zone ihres lebens raums zu erweitern die kolonisation hatte begonnen aber auf einem höheren technologischen niveau möglicherweise hat so die epoche des 13 bis 14 jahrhunderts begonnen aber wir reden später darüber und jetzt lasst uns in der zeit zurückgehen abschließend sei angemerkt dass die epoche vor dem 11 jahrhundert aufgrund der praktisch völligen abwesenheit von überlieferten dokumenten diese zeit in die dunkelheit getaucht wurde wir werden wiederholen dass erst im 10 11 jahrhundert zum ersten mal die idee der schriftsprache entwickelt wurde möglicherweise im alten ägypten ursprünglich in form von hieroglyphen bildern die aufzeichnung von gedanken auf diese weise ist primär und entwickelte sich erst später zu den zeitgemäßeren formen kapitel 1 die epoche des 11 jahrhunderts das erste römische königreich des alten roms auch dieses kapitel ist kurz da nur sehr wenige daten überliefert wurden es scheint dass im mittelmeer raum in der zeit des 10 bis 11 jahrhunderts ein königreich entstand das vorläufig als romaisch oder römisch oder das erste rom bezeichnet werden könnte die erste hauptstadt war eine hauptstadt im fruchtbaren niltal im afrikanischen ägypten hier entwickelte sich die landwirtschaft schnell um die große bevölkerung zu ernähren hier entstanden die wissenschaften und die ersten technologien nur sehr wenige schriftliche beweise über dieses erste königreich sind erhalten geblieben es ist möglich dass ägypten darüber hinaus eines der wichtigsten religiösen zentren sowohl der römer des 11 bis 13 jahrhunderts als auch des großen gleich mongolischen reiches des 14 bis 16 jahrhunderts war sie war der mittelpunkt des toten kultes vielleicht ist dies auf beobachtungen der alten menschen zurückzuführen dass in dieser gegend aufgrund des heißen und trockenen klimas eine leiche die im brennend heißen sand zurückgelassen wurde nicht zerfallen würde daher beschlossen sie dass dieses gebiet am besten als grabstätte geeignet ist die hauptstadt des alten afrikanischen königreichs war nicht weit von der mündung des nils entfernt und heißt heute alexandria hier entstand die erste schrift in form von hieroglyphen also schreiben mit symbolen es ist wahrscheinlich dass diese methode der kommunikation und übertragung von gedanken die erste war die auftauchte wenn eine person etwas anderen mitteilen wollte würde sie eine vielzahl von symbolen zeichnen die verschiedene dinge darstellen es gab noch keine monumentalen bauwerke wie wir sie heute im afrikanischen ägypten kennen pyramiden zwingen tempel oder obelisken sie sollten deutlich später erscheinen in der in der epoche des 11 bis 16 jahrhunderts als in afrika ägypten ein kaiserlicher friedhof für die zaren kahne von romäa und später für das große mongolische russisch horde reich gegründet wurde die verstorbenen zaren kahne des großen reiches und andere wichtige hochrangige persönlichkeiten wurden hierher gebracht sie wurden in luxuriösen gräbern begraben manchmal mit einer großen menge an gold und juwelen vor einer langen vor einem langen transport wurden ihre körper einbalsamiert um eine zersetzung während der reise zu verhindern siehe ein bild aus dem antiken ägyptischen totenbuch abbildung 2 es ist möglich dass hier die überführung der toten über den fluss styx das heißt das mittelmeer dargestellt ist in anführungszeichen antike griechische mythen erzählen uns von charon dem fährmann der toten der den verstorbenen mit seinem boot über den fluss styx in das königreich der unterwelt also wie wir es heute verstehen in das nil-tal ägypten brachte der name charon stammt wahrscheinlich aus dem russischen wort chroniu chronit was begraben bedeutet anmerkung des übersetzers der umfang der grabanlage in ägypten zeigt selbst dass die nil mündung teil des riesigen und mächtigen reiches wurde das hier seinen königlichen friedhof einrichtete diesen wissenschaftlern gegenüber war man gezwungen ein fantastisches bild der antiken ägypter zu zeichnen deren hauptbeschäftigung angeblich die bestattung ihrer lokalen pharaonen war da dies zutrifft betrug das hier vergrabene volumen an wertsachen gold und so weiter angeblich nur einen bruchteil der staatskasse im elften jahrhundert zog die metropole des königreichs an den bosporus wo in strategisch günstiger lage der engste teil des bosporus eine stadt joros jerusalem auch bekannt als zagrad stadt des zaren aka also auch bekannt als troja etwa 30 kilometer nördlich des modernen istanbul entstand hier sind die imposanten ruinen dieser stadt und eine festung namens joros bis heute erhalten später im 13 bis 14 jahrhundert zog die hauptstadt des königreichs etwas nach süden wo eine neue stadt mit dem gleichen namen jerusalem entstand im laufe der zeit hieß es konstantinopel und später istanbult der name jerusalem schwebte und wurde in zu verschiedenen zeiten auf verschiedene städte angewendet verschiedene provinzen fema distrikte gehörten zum königreich der roma russ russland war einer von ihnen und es war der größte abbildung drei in der zeit des 10 bis 11 jahrhunderts wurde zum ersten mal der osterzyklus berechnet der erste kaiserliche kalender wurde erstellt die astronomie entsteht die zunächst dem kirchlichen kalender dienen und saisonale veränderungen von wetter und klima betrachten soll wir werden ihnen astronomische daten der von uns berechneten frühen tierkreise zeigen die in die zeit des 11 jahrhunderts fallen manchmal gibt es in den späteren epochen unterschiedliche lösungen wir möchten klarstellen dass ein horoskop die position der planeten in einer konstellation ist zum beispiel mars in jungfrau saturn in fische etc die horoskope werden wie folgt berechnet nachdem sie die position der planeten in ihrer konstellation zu einem bestimmten zeitpunkt zum beispiel heute lokalisiert haben und den numerischen wert der umlaufzeiten der planeten um die sonne herum kennen indem sie ganze vielfache dieser perioden rückwärts oder vorwärts zeichnen können sie die positionen der planeten in ihrer konstellation in der vergangenheit und in der zukunft erhalten derzeit gibt es computerprogramme die uns es ermöglichen horoskope zu datieren die in den alten manuskripten fresken und gemälden gräbern und so weiter gefunden wurden wir haben ein programm horos entwickelt das speziell für die analyse der alten tierkreise und horoskope entwickelt wurde die alle darin enthaltenen astronomischen daten also haupthoroskop zusätzliche hilfshoroskope und so weiter vollständig nutzen auf den letzten und so weiter oder die 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 der